Er kippt wieder! Er kippt ins Wasser! Bruder, er kippt ins Wasser! Alter, sind hier das Wasser? Sind hier das Wasser? Oh, Alter, das Wasser! Heyo Leute, CryMakes hier und heute gibt's mal ein etwas anderes Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade relativ spontan in Fortnite reingegangen, denn meine Freundin, in 10 Minuten wird sich Season 5 zum Ende begeben. Das finale Start, Leute, der Würfel ist kurz vor Loot Lake. Es ist mega, mega krass. Hier ist parallel gerade auch noch Stanskill und Obrox mit dabei in TeamSpeak. Ich bin gerade gemutet. Stanskill hat gerade irgendwie über 100.000 Live-Show, also mega, mega krass gerade. Und ich dachte mir, ich werde das jetzt hier einfach mal mit aufnehmen. First Reaction, ich weiß nicht, was passiert. Und ja, ich werde es einfach mal filmen. Wenn was krass passiert, dann werdet ihr das Video jetzt sehen. Verbrüht den Like-Button, abonniert meinen Kanal. Let's go, meine Freunde. Ich glaube, Kevin, das Wasser wird anfangen zu brodeln. Das glaube ich. Also du glaubst, wenn der Würfel jetzt gleich mit dem nächsten Schritt ins Wasser rollt, dann wird das Wasser einfach anfangen zu brodeln? Genau. Okay. Weil, der ist schon durch Wasser aber gelaufen und da ist nichts passiert, theoretisch. Guck mal, er ist ja schon. Ja, aber wir wissen ja, wir wissen ja jetzt auch. Also was ich glaube, ist, dass halt aus dem Würfel, wenn er im Wasser ist, der sich halt irgendwie so ein bisschen öffnet und da Lava rauskommt. Das glaube ich. Boah. Und dann kommt da so langsam Lava raus. Und wir wissen ja, wir wissen ja, dass es jetzt die letzte Station von dem Würfel ist, ne? Also es soll, laut mehreren Likern, soll es die letzte Station sein. Ja, und hast du schon mal einen Würfel durch Wasser laufen sehen? Habe ich noch nicht gesehen. Also ich, ich schreibe auch alle gerade auf Twitter, dass die halt schon darauf warten, dass jetzt das Wasser quasi connected wird. Philipp, eins gegen eins. Eins gegen eins. Nein, verpiss dich, Digga. Komm, hier. Ich hab nicht mal... Ich hab... Kleiner Fettsack, Digga, ich darf nur nicht verarschen von dir. Aber wenn Lava auf Wasser trifft, wird es Stein. Ja. Oder Obsidian. Aber das Fortmeister, oder? Wieso Minecraft der Kampf ist so? Hier läuft ein Würfel rum und du machst dir hier Sorgen, dass... Genau, hier läuft ein Würfel rum und er macht sich Sorgen, dass... So ein Elginwürfel läuft hier rum. Es war einfach ein Riss am Himmel gewesen, der jetzt weg ist. Nein, 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 Philipp kommt als... Scheiße, okay, ich geh. Ciao, Leben. Oh mein Gott. Du hast Jagdgewehr, oder? Ja, ja, das war aktuell. Bruder, wie siehst du mich überhaupt auf die Distanz? Selbst mit Slyphers? Ja, Bruder, das ist... Ja, ich sehe dich auch. Selbst mit Slyphers, Alter. Oh mein Gott. Ist schon kritisch, also sehen wir einen ganz kleinen, ekligenden Punkt. Okay, lol. 140.000 Zuschauer, WTF? Digga. What? 145.000. 145.000. Weißt, was das bedeutet? Ja. Das bedeutet... 140.000 Zuschauer. Nein, aber das ist YouTube-Rekord, Alter, richtig krank. Naja, glaub ich nicht, dass das ist YouTube-Rekord. Also Deutschland vielleicht. Deutschland vielleicht, ja. Ich glaub, Paluton hat 150. Echt? Also Leute, holt die Oma an. Mach mal, komm nach 5.000 dir mehr, Junge. Jeden bisschen. Aber wisst ihr, was mich richtig anpisst? Alter, 60.000 Likes, komm jetzt haut mal auf Kacke hier. Haut mal auf Kacke. 15 Sekunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kämpft wieder. Er kämpft ins Wasser. Bruder, er kämpft ins Wasser. Oh mein Gott. Oh mein. Alter, sind die das Wasser? Sind die das Wasser? Alter, das Wasser! Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Er geht unter. Er geht unter. Bruder, wir müssen mit Kevin ins Wasser. Nein, geh nicht ins Wasser. Geh ins Wasser. Komm, 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 bauen drüber. Ich hab nichts zu bauen. Alter, was passiert hier? Oh mein Gott. Jungs, habt ihr was zu bauen? Ich will da reinspringen. Das ganze Wasser, gut, das ganze Wasser an. Oh mein Gott. Komm runter hier, Jungs. Oh mein Gott, du musst runterbauen. Lass ins Wasser, komm. Nein, nein. Egal, das ist gut, das ist gut. Dann sterben wir nicht. Komm ins Wasser. Warte, dann geh hoch. Bruder, ich geh zu Kevin. Ich geh zu Kevin. Das ist das, was man oben gesehen hat, ganz am Anfang. Ja, oh. Das ist die Zerebide. Kevin, bleib hier. Kevin. Oh nein. Alter. Max geht er weg. Nein. Zähle. Ah, es passiert was. Ah. Max geht er weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert? Oh mein Gott. Der Wälder ist weg. Was? Oh mein Gott. Ganz gut lag. Bruder, komm. Ganz gut lag. Bruder, komm. Oh mein Gott. Ganz gut lag. Was ist jetzt passiert? War es das? Oh mein Gott. Warte, schau mal. Schau mal. Ey. Komm mit, komm mit, Jungs. Komm mit. Digga, ich hätte niemals gedacht, was was passiert. Niemals. Alter. Die ganze Fläche. Man kann auf der ganzen Fläche rutschringen. Guck mal. Man kann rumschringen? Was? Die ganze Fläche kann man auf der ganzen Fläche rutschringen. Oh mein Gott. Alter, was? Wir sind ja auf einem Riesenpudding. Oh mein Gott. Das ist das geil. Was? Alter, was? Wir sind richtig schnell. Komm, komm, komm. Bruder, du kannst hier richtig... Guck mal, hier ist Herr Lama. Hier ist Herr Lama. Herr Lama hat überlebt. Oh mein Gott. Ey, das ist ja sowas von nice. So geil. Oh mein Gott. 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 Ey, Jungs, schlagt mal auf den Boden. Dann springt ihr noch höher. Schlagt mal, schlagt mal. Wirklich? Ja, ja. Nooo. Wow. Ey, kann man doch... Kriegt man einen Fallschirm, wenn man da rauffliegt? Nein, 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 nein. Alter, lass mal von ganz oben. Von maximaler Höhe. Ja, von maximaler Höhe. Komm. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Jungs. Kommt her, kommt her. Wir bauen uns hier hoch. Wir brauchen uns. Oh, Hammer. Die Geist drehe komplett durch, Jungs. Alter. Warte, lass das hier mal her. Lass doch so. Ich habe noch einen Bouncepad. Holy moly. Oh mein Gott, Digga. Aber wir dürfen jetzt nicht auf die Holztreppe oder so springen, wisst ihr? Das hier rechts. Insane. Es ist absolut insane. Oh, guck mal, wie krass das aussieht. Okay, lass Bouncepad machen, oder? Sieht so schön aus. Oder normal runterspringen. Ich weiß, Bouncepad, oder? Ey, Jungs, sollen wir kurz warten, das Tag wird, dann sieht es noch krasser aus. Max, du springst runter und guckst erst mal, ob man da überlebt. Warum soll ich erst... Ey, warum soll ich vorspringen? Geh runter. Spring runter, Mann. Jungs, wir bleiben dann alle zusammen, Jungs. Nein, du springst nicht. Mach keinen 31er. Okay, pass auf, wir springen alle zusammen, ja? Okay, komm. Drei, zwei, eins. Okay, normal. Ja, ein 30er, schön. Wir springen alle drei zusammen. Okay, drei, zwei, eins. Go. Oh, der schlägt dann auf das Ding. Nee, komm. Wenn Sonne im Zenit steht, dann machen wir. Was heißt Zenit und Sonne? Ja, wenn die so oben ist, wenn so Mittag ist, weißt du. Ey, wie krass das aussieht, ohne Spaß jetzt. Ey, Bruder, mach keine Faxen. Mach das Leben am Leben, ich will aufmachen. Ja, was ist das? Nein, okay, komm, komm her. Ey, ich hab überlebt. Wisst ihr, was wir gleich machen? Ja. Lass mal hier mit ATK auf den Rutsch. Ja, Mann, machen wir auch gleich. Jetzt wirklich oder jetzt wieder verarsche? Ey, ich lass mal den Würfel-Counter, was passiert vielleicht jetzt nochmal? Meinst du, es passiert in 20 Minuten noch was? Ja, ich hab, der ist, der läuft ja noch, ne? Ja, ja, läuft doch, der Würfel-Counter. Aber der Würfel, ja, lassen wir auf jeden Fall. Aber ey, warte mal, was soll passieren? Der Würfel ist tot, der ist abgesoffen, Bruder. Ja, aber was passiert, das Ding ist, was passiert jetzt hier? Ey, wir sind jetzt abgesoffen. Und wir müssen auch, wir müssen gleich mal das Spiel neu starten. Das verändert sich ja noch ein bisschen danach. Let's go, der Hase! Nein, 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 ich schaff's wahrscheinlich nicht. Du kannst einfach überleben. Ja. Aber vielleicht ist Loot Lake absolut meine Heimat jetzt. Krass, man überlebt einfach. Ey, Loot Lake ist so geil geworden. Ey, das ist übernice. Alter! Alter, ich flieg jetzt einfach rein. Guck mal, ich gleite jetzt einfach rein. Du, lass mal zum See. Bei den 17 Minuten kann halt wieder was passieren, ne? Ja, in 17 Minuten, Freunde. Wir werden auf jeden Fall noch mal 17 Minuten abwarten. Ja, das siehst du überhaupt nicht. Wie er hier mit aufgetroffen ist. Warte mal, Philipp, warte mal, ich werfe mal noch ein Ding zu dir. Oh, fuck. Okay, Bro, steck mal ein. Nimm mir Schmidt. Dann kann ich bauen. Ja, ja, warte, warte, weil ich schreie um mich herum. Kommt mal her, Jungs. Ey, ich kann nicht mehr bauen. Ich kann nicht bauen. Ah, jetzt. Okay, ab geht's. Ja, wir müssen gleich herumdrehen. Bauen wir hier schon mal eine Platte einmal. Und dann drehen wir einmal hier. Nein, nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Nein, wir landen auch nicht einmal. Muss los. Danke dafür. Warum bin ich gestorben, du nicht? Ja, weil ich Autofahrer bin. Ich werde jetzt hier das Stadion in dem Lean Lake bauen, Leute. Oh ja. Oh mein Gott. Digga, ja, Mann. Der Boden, der Boden ist... Oh mein Gott, Bruder. Ah, nein, 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 ich fände in die Falle. Ich spring rein. Digga, guck dir das mal an, Alter. Mein Nike-Auswagen hüpft dir rum. Mein Nike-Auswagen hüpft dir rum. Ich komme. Ah, nicht an die Falle. Oh nein. Ey, Brox, lass mal jetzt hochbauen. Ja. Oh, ich habe was. Oh, egal, 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 egal. Pass, pass. Oh, ho, ho, ho. Bruder. Das war ein bisschen Lash. Alter, der High School. Guck mal, wie viele Punkte. Wie. Wie, Punkte, wuh. 300.000 Punkte, Alter. Ich komme wieder rein. Oh, nein. Oh, nein. Oh mein Gott, hier ist Lava. Alles voll, Bruder. Wirklich? Der ganze Boden, der, der, der Hof bei Flash Factory. Warum sollte in Flash Factory Lava sein? Das würde macht gar keinen Sinn, Bruder. Bruder, aus der Toilette kommt Lava raus. Nee. Warte, ich komme. Ich denke, man kriegt Schaden, wenn man in die Lava geht. Wirklich? Alter. Mach man da auch so wie bei Minecraft. Nee, Digga, nee, es zieht einfach wie Giftgas runter. Ah, 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 warte, ich muss rausflüche. Ah, ja, jetzt Lazy oder Mitte? Ey, nein, ich habe die Idee. Lass zum Architektenhaus, zum Architektenhaus, Jungs. Und da schnell Waffen holen und dann, äh, grasieren wir die alle weg. Okay, okay. Komm, Architektenhaus, Architektenhaus. Architektenhaus. Ey, bei mir ist einer. Was macht dein Erder? Spiele das Wasser gegeneinander, ja, auf jeden. Boah, Alter, sind hier viele. Oh, hier sind richtig viele. Gibt mir meine Waffe. Ich treffe aber keinen. Da habe ich keinen. Ah, ha, ha, wir sind hier alle rumbouncen, Leute. Ja, guck mal. Der ist ja, der Toilettschuss. Oh, mein Gott, die haben auch Waffen. Wo denn, wo denn, wo denn? Hier, hier. Ey, ich komme zu dir. Du triffst du einfach wirklich nicht. Nein, keine Chance, Bruder, keine Chance. Doch, du kannst die theoretisch mit RR weglasern, aber es ist relativ schwierig. Ja, gib mir einen Muni. Du musst ihn killen, du musst ihn killen. Okay, Muni, ne. Boah, ich schau, Digga, warte, die haben Laserwaffen. Kill ihn doch, kill ihn doch. Kill ihn doch, Bruder. Digga, ich habe nur eine Doppelpistole. Chill, mach mal dein Leben, Leute. Ja, die ist gut, Digga, die ist richtig stark, die Doppelpistole. Die ist richtig stark, die Doppelpistole, Bruder. Ja, die sind eben mit Drift-Up-Gon. Bruder, hier sind wirklich so viele, ne? Komm, hast du schon der nächste Kill. Digga, komm, ich muss den Sniper. Ah, leider nicht. Nein. Er ist One-Shot, er ist One-Shot. Ja, Mann. Bruder, ich habe so viel weggemäht, ne? Hinter mir, Hilfe. Ah, ich komme, ich komme. Hey, die Sniper hat keine Munition, ich glaube es nicht. Bruder, du musst mir helfen, helf mir. Ich fliege rum, ich kann dir nicht helfen. Hilfe, ich bin down. Hilf dir, hilfst dir, also. Stopp, ich habe... Digga. Ich verfolge mich. Hilfe, Jungs, ich treffe dich nicht. Ja, Mann, Digga, so im Kreis. Ich kann dich auch nicht treffen. Ja, Jungs, hol dich doch mal. Ja, das geht nicht. Das macht zu Bock, ne? Alter, was ist hier los, Jungs? Ey, nein, jetzt hilft er auch rum. Nein, der ist schon weg. Oh, shit. Ey, helfst du, ey, hast du, Muni, hast du Eier-Muni? Ich habe gar nichts, gar nichts, Bruder. Der wird gar nichts mehr... Ja, grüße gehen raus, musst los. Nein, der für nicht, ich war gerade noch raus. Scheiße, Alter. Der Film in Risky-Wheels? Vielleicht ist der Film jetzt losgegangen. Ja, ja, der müsste auch gestartet sein. Wirklich? Habe ich vorhin schon was gesehen, ja? Warte mal, da gehen wir jetzt auf den Instagram-Gucken, Freunde. Ja, ja, da hat doch so ein Typ gewonnen, weißt du? Diesen Film-Wettbewerb. Gucken wir uns doch schnell noch den Film an. Gucken, ob wir den sehen. Kommt morgen ein Video. Natürlich kommt, äh, morgen ein Video, Bruder. Bruder, morgen. Das ist für eine Frage. Escalation. Rumpflassen. Wir sind hier einfach in einer öffentlichen Lobby und machen welche komischen Sachen. Einer meiner Cryo-Mex-Look auf den Dirtburger-Craft. Oh, mein Gott, guck mal, was ich hier Glück habe, Freunde. Ist der Film wirklich schon losgegangen? Boah, ich habe gerade mal eingeschmeldet. Der Film ist doch noch nicht losgegangen. Nee, nee, ist doch nicht losgegangen. So, meine Freunde, das war es von diesem Video gewesen, Alter. Es war mega witzig. First Reaction von dem Dude-Leg. Wir haben alles getestet. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt ihr uns in der Videobeschreibung. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cryo-Mex. Bis dann. nod. compris AMY. Tchaik.